Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Boss Melone. Heute spielen wir mit... Boss Melone, Junior! Ja, guckt mal seinen Kanal aus. Er macht auch coole Videos. Wenn ich mir mitbekommen habe, warst du in letzter Zeit ziemlich inaktiv. Solltest du auch mal Videos machen. Und auf jeden Fall seht ihr es schon, wir haben hier eine riesige Kuppel gebaut. Und naja, es war riesige Arbeit. Und auf jeden Fall mach das mal auf, editier das mal auf, bitte, ich kann das nicht. Seht ihr das? Weiß was, fuck. Ganz weg. So, jetzt sieht man es. Eine riesige Bounce House Arena. Warte, ich mach das hier auch fürs Thumbnail, Alter. Auf jeden Fall seht ihr es schon, wir haben das kurz aufgemacht. Riesige Bounce House Arena. Wir haben so lange dann gearbeitet. Jetzt lass uns Spaß haben. Los. 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 Fünf. Es geht los in fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Pump Battle. Wo bist du? Ach, scheiße. Komm her. Ich krieg dich schon. Irgendwie. Ach, scheiße. Warum gibst du mir den Hit? Aber ich dir nicht den Hit, Alter. Ich spiele mit dir. Ich spiele mit dir. Oh, schon wieder ein Hitchhirt. Aber das war nicht so ein guter. Bounce. Au. Junge. Esti, willkommen jetzt aufs Leben auf, Alter. Nee, ich geb dir, Alter. Oh. 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 Ja, du sollst jetzt an der Seite spawnen. In welcher Seite bist du gespawnt? Ja, komm einfach durch die Tür rein. Komm. Habe ich geil gemacht, oder? Eins, zwei, drei. Los. Ach, du scheiße. Dieser Hit. Davon habe ich Albträume noch. Ja, und ich geb dir 10er Hit, Alter. Wo bist du? Fuck. Ich sag dir, ich bin so low, Alter. Oh. 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 Komm her. Komm her. Au. Scheiße. Ich hab dir noch den Hitchhirt gedrückt, Alter. Junge, ich bin so ein Genie, Alter. Dass ich das hier so gemacht hab, dass man immer, wenn man stirbt, direkt reinkommen kann. Au. Komm her. Ich hab dir Hits gegeben. Und das weiß ich auch. Komm her. Was? Der ist einfach durch dich durchgegangen. Lol. Ja, okay. Das war nur fake. Oh, du hast mich einfach gedribbelt. Oh. 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 Hab den Törnern gegeben, Alter. Oh, nein. Ich geholt. Danke. Ja, komm. So lange soll es nicht brauchen, reinzukommen. Alles klar. Oh, mein Leben. Ich geb dir die Hits, ich sag's dir. Kann's auch zielen in der Luft, glaube ich sogar. Ja, nein. ich bin unter die alte nicht gibt es kann erst mal nachladen und du hast mir gar nicht mal so viel schaden gegeben was ist mit der ecke passiert fällt mir gerade auf einmal fällt auf guck mal diese ecke an der mehr kommt mit verguckt guck dir das an das hier das hier ich hab drauf geschossen da kommt egal los ja die ja los als e was du gibst mir den hit aber ich nicht dir einer hit alter einer nicht checks nicht ich war vor deiner scheiß fresse junge bounce mal auch so an den seiten du baust die ganze zeit nur in der mitte aggressiv angetanzt das wirst du ich gebe dir zwei hits pro flug was willst du ich hätte lieber schießen sollen auch die schätze dass wir den hitz des lebens gegeben nein stirbt doch so wenig ich habe mich auf 17 hp wenn du rechnen kannst dann weißt du wie viel hp ich gerade habe aber ich zerstöre dich gerade komplett das mit 5 hp alter zerstört was ist mit dir ich drücke die hitze wissen ach ich habe so viel luck shots gemacht lockt war mein leben ich sag dir jetzt bist du tot aber geschissen geschissen er guck mal wie der direkt an der ecke da ich komm zu dir ich bin die ganze zeit nicht so scheiß an der decke alter ach du scheiß ich hab dich gar nicht gesehen diese range schießt der beide nicht oder was naja er schießt viel zu spät schießt schießt doch er muss es als eine minute halt früher drücken schießt schießt nein sagt jetzt nicht dass man von einem äh ich sehe nichts wo wirst du hessisch alter den aus dem jahr gegeben als das Kind ich hab jetzt trennen ich bin unter der Erde ja das ist immer so du musst und ich bin ich unter der Erde hat mich schon gefreut was im Leben zu erreichen haben das müssen wir auf sprechen alter hol mich weißt du was hier wirst du komm her alter ich will dich entehren ich will dich von deiner familie entehren komm her komisch ohne sacr ich ich zerstöre dich so oder so alter komm jetzt oh oh fuck alter oh hell fuck alter wie viel leben sie hat Oh mein Gott, mit 2 HP, Alter. Nein, nein. Komm her. Komm her, du kleiner Schuss, Alter. Oh, Alter, hast du es gesehen, wie ich dich mit der Pick-Axe genommen habe? Krass, oder? So. Ey, ich brauche kurz Muni, okay? Ey, chill mal kurz. Da unten ist schon ein Lama, okay? Scheiße, da unten ist doch kein Lama-Folk. Ah, hier sind zwei Lamas, nice. Ey, ich geb dir da Muni. Also so, Jungs, wir haben jetzt erstmal eine neue Muni gesehen. Seht ihr schon? 96, 5, 4, 3, 2, 1, los! Hä, ist einfach so witzig anzusehen, wie spät deine Zeit ist. Guck mal, du triffst, du kannst einfach nicht schießen. Weil dein Controller einfach nicht reagiert. Komm, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Komm, schieß, schieß, schieß mich ab, schieß mich ab. Schieß mich ab, schieß mich ab. Schieß mich ab. Ach, scheiße, das ist mir jetzt abgeschossen. Ey, nachschießen, drehen wir es einfach nicht. Hier, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Ha, nicht getroffen. Äh, wo bist du? Schieß doch, schieß doch, schieß doch. Ha, nicht getroffen. Junge, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Schieß, schieß. Schieß, schieß doch. Hey, warum schießt du nicht? Schieß doch. Ja, drück richtig rein mal. Drück mal richtig rein. Ich stille. Ich stelle einfach vor dir. Komm, triff mich, triff mich, triff mich doch, triff mich doch. Triffst du mich? Nein, du kannst mich nicht treffen. Komm, triff mich, triff mich, triff mich doch, triff mich doch. Triffst du mich nicht? Triffst du mich doch, triffst du mich doch, kannst du nicht, alter. Was? Komm, ich glaub nicht. Ich glaub an meinen Kontrollen. Mach eine ganze... Oh, schieß, Mann. Du hast mir einfach One-Shot-Headshot gegeben. Schieß doch. Hab ich mir gedacht, dass du dich triffst. Schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch, schieß doch. Schieß doch, alter, ne? Schieß doch. Schieß doch, schieß, warum schießt du mich nicht ab? Ey, warum schießt du mich nicht ab? An meine perfekte Mann. Komm. Paz. Paz. Komm her, wo bist du? Paz. Ah, fuck. Nope. I'm the fuck other here, man. Ach, komm. Äh? What the fuck? Ey, ich hab grad einen richtigen Flashback. Keine Ahnung. Oder besser gesagt... Oh, ich sterb doch nicht mit einem HP, alter. Fuck. Fuck. Zeit nur pickaxen wollte, hm? Oh, fuck, alter, warum kann ich dich nie pickaxen? Aber jetzt nehme ich dich normal. Mann, das ist die pickaxen. Hä, bei mir habe ich dich abgeknallt, aber du bist erst so eine Minute nach, danach einfach gestorben. Pickaxe drin, alles klar, alter. Komm her, du pickaxe drin. Ey. Was? Ich hab doch nur... Oh, no. Ich hab doch nur mit Pickaxe gemacht, alter. Ah, fuck, die Zone kommt. Ach, nein. Ach, nein. Wenn wir die gespawnden, hätten wir dauerhaft in der Zone gekämpft, während wir so immer Schaden bekommen haben. Ist ja mega geil gewesen, aber... Also, das war's mit dem Video. Der Gewinner ist natürlich Boss Melone und nicht Junior. Und, ja, seht ihr, da steht Boss Melone. Ich editiere da jetzt, dass da Boss Melone steht. Nein, Spaß tue ich nicht. Ich hab wirklich gewonnen. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao!